So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Minus, das GBL-Format, wo man wirklich nichts lernt. Wir befinden uns hier eigentlich gerade an einem Samstag, wo Viktor-Kampftag ist. Wenn ich in den Heute-Tab schaue, sehe ich auch, Go-Kampftag ist in vollem Gang, da gibt es mehr Staub, du kannst 100 Kämpfe machen, also 10 Millionen Sets, ne, kannst du ja sonst nicht. Es gibt wieder mal super geniale Belohnungen, alles zwischen Tür und Angel, schnell Stress hier hin und her. Ja, ich möchte wenigstens jetzt mal eine Folge aufnehmen, wo ich versuche, das hier fertig zu machen, nämlich kämpfe 10 Mal in der Go-Kampfliga, das sind also zwei Sets. Und, ja, man muss nicht mal gewinnen, man muss einfach nur kämpfen, deswegen, wer so einen Kampftag sieht, macht den, kämpft am Kampftag. Ihr kriegt eine Top-Lade-TM und die ist wirklich Gold wert. Ich befinde mich ja immer noch hier in der Hyperliga, wir sind Rang 9, gehen jetzt mal hier drauf. Da gibt es noch einen Berg-Kamp, ich weiß nicht Berg-Kamp, da gibt es dann Berg-Ziegen oder so, mit denen ihr kämpfen könnt und die die Gegner haben. Aber ich bin jetzt nicht so der Ziegen-Fan, deswegen gehen wir gleich mal hier rein. Haben Bobsguts als Gegner. Hubsi ist auch da, die ruht sich gerade aus auf dem Sofa. Adi ist auch da, der schlägt gerade da rum. Und hier ist ein, äh, Togekiss, jetzt bin ich, warum bin ich denn jetzt raus? Nein! Vor allem, er hat schon gewechselt und ich wechsle auch. Dabei habe ich gedacht, ich muss wechseln wegen Togekiss, aber er hat Zeit auch schon weg. Ein Schutzschild, hm, den lassen wir mal durch, gucken mal, was er so macht. Schlagbohrer, der trifft. Ihr seht, ich bin total erregt, also aufgeregt. Und war gerade noch draußen, habe noch was gefilmt für ein anderes Video, muss wieder reinrennen. Habe jetzt eigentlich, stehe unter Zeitdruck, muss gucken, weil 15 Uhr kommt so ein Rocket-Ballon. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich in der App bin, ob ich den dann trotzdem noch machen kann später oder ob ich den verpasse. Äh, ja, wir schilden einfach mal. Zum Glück müssen wir nicht gewinnen. Wir können einfach irgendwas machen und dann passt das auch. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Jetzt ein Surfer. So, schauen wir uns mal den Surfer an. Ansonsten mal tief durchatmen, runterkommen, alles wird gut. Er schildt nochmal, also er hat seine Schilde alle komplett aufgebraucht. Hm, schilde ich jetzt auch. Ich brauche das Lapras eigentlich gegen das Toggekiss. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Deswegen, ich mache jetzt hier kurz nochmal ein Stück weiter. Jetzt wechsle ich, warum auch immer. Wenn der jetzt Toggekiss reingeholt, bin ich doch eh tot. Ich hätte eigentlich mit dem Lapras drinbleiben müssen, dann hätte er aber meinen Lapras auch umgebracht. Lapras brauche ich ja eigentlich mit der vollen Attacke gegen Toggekiss. So, irgendwie, hm. Na gut, er wird Toggekiss reingeholen. Sein Stallobor ist tot. Ne, er hat Zumpex reingeholt. Okay. Er hat Zumpex reingeholt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Weil auch Machomai wäre nicht gut, wenn ich das jetzt am Start hätte. Aber er hat halt Zumpex. Er hat Zumpex. Ich brauche Lapras unbedingt. Obwohl, Machomai kannte ja... Machomai könnte seinen Steinhagel voll machen. Und gegen Toggekiss anwenden. Ich glaube also, es ist noch nichts verloren. Lapras hat ja seine Attacke, glaube ich, voll. Könnte das Toggekiss einfach wegspülen, wenn das... Jetzt wechselt er. Nein, er wechselt natürlich jetzt auf Toggekiss. Aber doch, ja, dann kann ich ja jetzt auf Lapras gehen und einen Eisstrahl zünden, hoffentlich. Dann habe ich immer noch Machomai gegen Zumpex übrig, der trotzdem gut austeilt. Halt nicht so viel einstecken kann. Aber wir haben hier fast das komplette Toggekiss weggerust. Haben ein bisschen noch übrig gegen Zumpex. Zumpex macht eine Attacke. Wirft mich damit raus. Hat hoffentlich keinen Charger mehr voll. Und wird von meinem Machomai jetzt überrumpelt. Eins, zwei, drei, fertig. Erster Sieg. Obwohl wir gar keinen Sieg brauchen. Das ist schon wieder hektisch. Das ist Stress. Das ist alles gleichzeitig. Es ist 14.40 Uhr. Ich habe noch 20 Minuten. Dann kommt ein Ballon. Und ich weiß nicht, was der Ballon macht. Deswegen machen wir schnell weiter. Wir werden es aber nicht schaffen, 10 Matches zu machen innerhalb von... Ich brauche theoretisch für ein Set, glaube ich, sowieso immer so 20 Minuten. Deswegen mache ich immer drei Sets. Das ist Rikredda. Kersa. Was ist das für ein Name? Melmetal am Start. Da wechsle ich jetzt auf Machomai. Da muss der auch wechseln. Der kann nicht drinbleiben. Das macht er auch nicht, oder? Doch. Er bleibt einfach drin. Er kommt schon mit einem Move. Sollte ich jetzt schilden? Ich schilde mal. Ich habe nämlich jetzt... Ich weiß nicht. Der macht Kraftkoloss. Hätte mich vielleicht gar nicht so getroffen. Jetzt ist er aber bestimmt rausgewechselt. Ja. Auf Empolion. Also der kommt rein. Schwächt sich. Aber wechselt sich raus, weil er abgeschwächt ist. Aber auch gegen Empolion sind wir hier mit dem Machomai sehr gut aufgestellt. Ich würde das jetzt auch so probieren. Ich weiß nicht, was der hat. Mir ist das viel zu wichtig. Dieses Machomai mit seiner vollen Attacke. Ich würde nochmal schilden, dass er Empolion raushaut. Und vielleicht auf das... Ne, Labras kommt jetzt. Und ich kann natürlich nicht wechseln. Aber es hat auch eine Kampfschwäche. Das heißt, er muss jetzt auch hier schilden. Oder kriegt schon wieder volle Breitseite ab. Er hat geschildet. Ich mache direkt nochmal den Kreuzsieb hinterher. Der müsste das Labras jetzt richtig gut treffen. Und irgendwo muss ich mir das Machomai jetzt aufheben. Für das Melmetal, was er noch hat. So. Jetzt hat er sein Labras drin. Ich wechsel mal ganz kurz hier einfach auf Giratina. Ich kann euch nicht erklären, warum Giratina. Weil es ist ja Eis gegen meinen Giratina. Nichts ist gut. Wir versuchen uns trotzdem hier ein bisschen hochzuarbeiten. Drachenklaue. Ist zuerst fertig. Wird halt jetzt einfach eingesetzt. Ich habe selber noch ein Labras übrig. Gucken wir mal. Das macht nicht so viel. Ja. Vielleicht hätten wir hier noch einen Geistmove aufladen können. Den wir für das Melmetal nutzen hätten können. Vielleicht hätte ich auch meinen Labras reinholen sollen. Einfach Labras gegen Labras. Vielleicht wäre das sinnvoller gewesen. Jetzt stehen die zwei ja gegeneinander. Da kann eigentlich nicht so viel passieren. Wir könnten jetzt abwarten, was er macht. Jetzt bin ich auf Eisstrahl gegangen. Wäre ich lieber auf Surfer, oder? Eisstrahl. Obwohl, doch. Das sieht eigentlich relativ gut aus. Ich weiß nicht. Der grillt mich bestimmt gleich. Oder was kann der? Ach ne. Der kann ja auch Kraftkoloss. Genau. Mit Kraft. Ah. Der hat mir doch eben schon gezeigt. Dem ersten, dass er Kraftkoloss hat. Der mich jetzt nicht umbringt. Ich jetzt ihn hier reinhole. Das natürlich jetzt vermasselt hat. Weil er trotzdem seinen Move schon voll hat. Und ich dachte, ich kann mit meinem Macho mal jetzt da noch was rausholen. Konnte ich nicht. Aber vielleicht schaffe ich es jetzt. Den Rest runterzufarmen. Nein. Schaffe ich natürlich nicht. Und wenn er jetzt noch einen Kraftkoloss macht, wird das sicherlich ausreichen, mich zu töten. Und ich sterbe mit zwei vollen. Nein. Ich bin noch am Start. Und jetzt wechselt er auf seinen Lapras. Ich habe noch einen Server. Habe ich ihn umgebracht? Ich weiß es nicht. Entweder ist er gerade gestorben. Er musste deshalb mit seinem Lapras rein. Oder... Und ich bin fort. Weil der Surfer nur so wenig abgezogen hat. Ja, ich hätte nicht auf Macho mal wechseln sollen. Ich hätte einfach drinbleiben sollen. Und hätte einfach weitermachen sollen. Aber... Schon wieder drei Minuten Kampf verschwendet. Ich habe jetzt echt keine Zeit. Wir haben hier... Meine Damen und Herren, wir müssen zumachen. Es ist immer noch Rang 9. Ich glaube, durch den einen Sieg bin ich trotzdem dann auf Rang 10. Hier ist Veli. Level 5. Wo haben sie den her? Ich kenne nur Wall-E. Ansonsten kenne ich nichts. Vermicula. Sieht mickrig aus. Hat genau 2500. Da habe ich noch nirgendwo gesehen. Da möchte ich jetzt aber mal hier... Na? Da möchte ich jetzt eine... Eine... Eine Geist-Attacke. Das ist vom Typ Stahl. Das ist zwar auch Käfer. Aber Käfer... Was macht denn Käfer? Käfer macht nix, oder? Aber Geist gegen Stahl dürfte was machen. Schauen wir es uns mal an. Ansonsten... Haben wir seinen Move gut weggesteckt. Er schildert. Das heißt, er hat Angst. Das ist schon mal gut. Wir brauchen nicht schilden. Er muss immer schilden. Wenn er den gleichen Move nochmal macht, den stecken wir gut weg. Lassen wir einfach durch. Wir werden kein Schild benutzen. Kreuzschere. Wir sind immer noch nicht im gelben... Doch jetzt sind wir im gelben Bereich. Aber jetzt erst frisch reingekommen. Könnte ich da auch Maromein nehmen. Kampf. Stahl. Zack. Was macht der... Was macht der Käferanteil? Man weiß es nicht. Ich könnte jetzt schilden beim nächsten Mal. Obwohl ich immer noch denke, dass ich die Kreuzschere überleben werde. Weil ich sie ja schon zweimal überlebt habe. Ist das noch ein Drittel? Ist das mehr? Wir lassen es nochmal kurz durch. Oh, das ist ja wirklich gar nichts. Und jetzt kann er nicht mehr schilden. Und jetzt sehe ich, wie effektiv es ist, wenn wir hier Unheilböden machen. Wenn das überhaupt Unheilböden sind. Äh, Schattenstoß. Genau, steht ja da. Zack. Und es ist weg. Und es kommt ein Slimog. Der... Der hat auch Unlicht. Unlicht. Das heißt, ich könnte wieder mit Maromei und Kampf. Aber ich lasse mich jetzt erstmal sterben. Falls er nämlich... Er ist ja auch gestorben. Das heißt, wenn ich jetzt wechsle, wechsle der vielleicht auch hinterher. Also, ich habe noch meine zwei Schilde. Wir machen das mit Giratina erstmal fertig. Und holen jetzt direkt Maromei rein. Und der dürfte jetzt gut Schaden machen. Ja. Wir schilden. Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich könnte versuchen, mit Maromei jetzt fix das Slimog zu besiegen. Ohne irgendwelche Charge Moves zu nutzen. Die aufzuladen und mitzunehmen. Eine finste Aura hat aber sehr reingehauen. Und er ist weg. Und was kommt jetzt? Können wir da Steine drauf werfen? Ist es was Fliegendes? Es ist ein Geist. Es ist ein Drache. Es ist ein Giratina. Aber wir haben ja noch unser Eis-Labras am Start. Ich gucke mal ganz kurz, was Kreuzhieb macht. Nicht viel. Steinhagel haben wir auch noch voll. Können wir gleich mal lernen. Falls wir einen Giratina haben, welches von den beiden Moves am besten ist. Macht schon mehr. Okay. Er lädt sich jetzt natürlich voll. Wir haben Labras, aber wir haben auch noch ein Schild. Und ansonsten dürfte er eigentlich gar nicht so gute Moves gegen mich haben. Weil ich habe volle Energie. Was will er machen? Ich bin ja Eis. Er hat Drache. Der ist mir eigentlich unterlegen. Guck mal, das ist ein Sechstel, was das abgezogen hat. Macht er dasselbe nochmal? Macht er jetzt Spukball? Macht er was anderes? Ich lasse es nochmal durchgehen. Und es ist nochmal Drachenklaue. Das macht also immer noch nichts. Wir können auf Nummer sicher gehen. Jetzt Schilden. Und dann auf Eisstrahl. Obwohl Surfer wahrscheinlich sogar ausreichen würde. Noch eine Drachenklaue. Mir jetzt egal. Wir haben jetzt den Eisstrahl voll. Und das dürfte ihn jetzt komplett vernichten. Das klingt alle so brutal, Pupsi, oder? Ja, das ist sehr brutal. Und das ist ein Spiel für Kinder, musst du dir vorstellen. Also die sitzen zu Hause und reden dann so. Mit sich selbst. Im Zimmer. Wenn man das in der Öffentlichkeit macht, dann könnte man immer noch denken, man redet ja nur so, weil man das absichtlich macht, um das unterhaltsamer zu machen. Und nicht, weil man, wenn man alleine da sitzt, so reden würde, weil das wäre schon irgendwie krank. Hallo Adi, Schatz. Da springt gleich die Katze in das nächste Match rein. Habe ich jetzt zwei? Doch, ja. Zwei habe ich gewonnen. Mr. DC 1294. Kennst du DC als Schuhmarke? Ja. So eine Skatermarke, so eine Schuhmarke. Ich hatte auch mal, ich hatte ein T-Shirt von DC. Ansonsten habe ich hier Gran Bull. Das ist aber keine Schuhmarke. Was mache ich mit Gran Bull? Wasser, Eis, was anderes. Der braucht auf jeden Fall ewig, um seinen Move voll zu machen. Derzeit konnte ich sogar nochmal wechseln. Konnte den nächsten Move voll machen. Setz den sogar jetzt ein. Der Hund wird nass. Und lässt sich irgendwie, jetzt wechselt er raus. Doch, auf Giratina. Na, dann kann ich doch jetzt mit Eisstrahl kommen. Dann muss er auf jeden Fall abschilden. Äh, Drachenklaue hat vorhin nicht so reingefetzt. Ich hoffe, der hat auch Drachenklaue. Ja. Und wir machen den Eisstrahl. Lässt er den auch durch? Ich habe auch noch Giratina. Können wir wieder LKW-Rennen spielen. Ein Eisstrahl. Eisstrahl. Er lässt ihn durch. Warum schildert er nicht? Ich verstehe es nicht. Das heißt, er ist mit dem Teil gleich komplett weg. Brauche ich das Labras noch? Vielleicht. Aber. Ich habe es geopfert. Einfach so. Es ist weg. Ich muss hier was aufladen. Moment. So, der ist weg. Und jetzt Schattenstoß mal drauf. Auf die Psychofee. Was? Wieso kommt denn jetzt Grysildia rein? Ich habe wenigstens gedacht, er holt das Grand Bull zurück. Aber nein. Er kommt jetzt mit Grysildia. Da steht sehr effektiv. Wo es trotzdem so gut wie keinen Schaden macht. Drachenklaue lasse ich mal weg. Wir gehen jetzt die ganze Zeit hier auf Schattenstoß. Jetzt ist es wieder doch. Doch, es ist Schattenstoß. Es ist kein Unheilbündnis. Es ist Schattenstoß. Er lässt er noch einen und noch einen. Ich glaube, der hat so eine Challenge sich selbst gesetzt, dass er keine Schilde nehmen darf. Lassen wir das durch? Ich sage mal, ja, wir lassen das durch, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Weil der mich halt einfach gleich komplett nass macht. Mondgewalt einmal voll. Jetzt. Vielleicht nimmt er auch jetzt sein erstes Schild. Muss er eigentlich. Er kann ja nicht mit zwei Schilden untergehen. Jo, er nimmt sein Schild. Das war auch rot. Das sieht man. Nehme ich es, nehme ich es nicht. Was macht Machomai jetzt wieder? Wir lassen es einmal durch. Wir sind tot. Wir haben Machomai. Schafft Machomai den Rest so? Kann es dann einen Stein auf den Hund werfen? Wahrscheinlich auch nicht. Aber er kann nochmal schilden. Ich kann schilden. Lass ich es. Ich muss es nehmen. Wenn er Mondgewalt auf mich macht, dann bin ich weg. Ich hätte vorher meinen Kampfmove machen sollen. Habe ich reingedrückt. Jetzt kommt der Kampfmove hier. Aha. Ich bin auf Steine gegangen. Aber es hat nicht eingeloggt. Es hat natürlich den Hund eingeloggt. Und der macht einen Knuddler. Und das dürfte auch reichen. Und ich bin weg. Das hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht. Dafür, dass er nie geschildet hat. Und alles nicht aufgehoben hat. Weil er wusste genau, was er macht. 2 zu 2. Vielleicht gewinne ich trotzdem noch das Dritte. Um die Pokémon-Belohnung von diesem Set mitzunehmen. Wir sind bei 15 Minuten. Also ca. 20 für ein Set. Das kann schon hinhauen. Obwohl ich am Anfang noch ein bisschen... Ach ja. Jetzt legt er sich da hin. Und beobachtet dich. Da haben wir Unlicht. Das erkenne ich doch von hier. Und es ist sehr effektiv. Alles gegen jeden. Jeder gegen überhaupt. Wir gucken mal, wer zuerst was fertig hat. Hier ist eine Drachenklaue fertig. Die können wir zuerst einsetzen. Gegen dieses fette, schwarze Schlingking. So. Jetzt abgewehrt. Er wechselt raus. Er geht auf Toggekiss. Das heißt, ich wechsel jetzt auch irgendwie auf Labras. Weil er Eis gegen Flug. So. Er denkt natürlich jetzt... Ich habe Eisstrahl. Eisstrahl. Aber ich habe ja Surfer. Wo ein Surfer auch gut Schaden macht. Habe ich gemerkt. Wir brauchen gar keinen Eisstrahl. Wir können ihn auch so gut unter Druck setzen. Guckt euch das an. Und jetzt den Rest... mit dem Quick Move machen. Ich lasse es mal durch. Es ist bestimmt Antikkraft. Ist zwar sehr effektiv. Aber steigert hoffentlich nichts. Bringt ihn jetzt raus. Und holt... Was holt er wieder rein? Er holt wieder seinen Schlingking. Was ja trotzdem auch ein Drache ist. Deswegen gehen wir auf Eisstrahl. Nicht nochmal aufs Surfer. Und haben dann... Sehr effektiv ihn getroffen. Noch ein, zwei... Ah! Der lebt natürlich noch. Was machen wir jetzt? Mal auf Machomai gehen. Ne, wir holen Giratina wieder rein. Machen den Rest mit Giratina. Ich habe ja noch zwei Schilder. Damit wir sehen, was er noch hat. Jetzt... Ah, der Stahl. Was ist das? Stahl, 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 Stahl. Das heißt, eigentlich müsste ich auf mein Machomai gehen. Dass Machomai den Rest macht. Bevor er seine ganzen Sachen auflädt. Er hat ja auch nur noch einen Pokémon. Das heißt, ich wechsle einfach raus. Mach den Rest jetzt hier so. Wenn er schlau ist, gibt er direkt auf. Kreuzhieb ist nämlich auch fertig. Hat noch ein Schild, aber ich habe noch zwei. Und ich brauche auch keine Charge Moves mehr. Ich werde den Rest einfach so... Genau. Wunderbar. Kämpfe fünfmal. Fertig. Wir brauchen nochmal Kämpfe fünfmal. Und... Dann machen wir halt eine kurze Folge. Genau. Machen wir eine kurze. Dann zeige ich euch, was am Kampftag heute bei mir hier passiert ist. Das ist die Pokémon-Belohnung. Und das ist ein blaues Quabbel. Was sehr nett ist. Gab es ja jetzt auch als Shiny. Kann man natürlich hier jetzt in der GBL als Shiny rausziehen. Hab mittlerweile sogar zwei Hunderter. Hab mittlerweile zwei Shinies. Da brauche ich nichts mehr. Früher habe ich mich immer gefreut. Jetzt ist der eigentlich auch unnütz. So. Der hat richtig schlechte EV. Aber das ist ja gut, weil gerade an dem GBL, am Go-Kampftag, können die völlig random EV bekommen. Normalerweise haben die ja Mindestwerte. Aber am Kampftag könntest du sogar ein Nullprozentiges bekommen. Da wird alles neu verteilt. Das ist auch das Besondere am Kampftag. Wir kommen jetzt hier auf Rang 10. Auf 21 will ich immer insgesamt. Wir sind jetzt bei 10 bei der Hälfte. So. Das klappt. Meisterliga ist auch noch nicht da. Hier gibt es jetzt überall 3000 Staub. Wir machen also noch ein 5er-Ding hinterher. Und dann hoffe ich, dass der Ballon noch da ist. Wenn ich natürlich noch 2 Sets mache, dauert es viel länger. Aber ich will Pups ja auch nicht so lange warten lassen. Die ist zwar gerade beschäftigt und die Katze putzt sich. Aber das sieht so friedlich aus. Da möchte ich dann mich wieder reinhängen. Trotzdem muss ich ja sowieso meine Sets heute spielen für die TM. Wenn ich das nebenbei beim Fernsehgucken mache, kriege ich wieder nichts mit. Und eine Folge GBL wollte ich sowieso aufnehmen für die nächste Woche, wo der Thomas wahrscheinlich da ist. Damit er als Übergang nicht sowas bringen kann. Und dann kombiniere ich das, dass ich es jetzt spiele, dass ich euch das hier aufnehme und dass wir dann was jetzt nehmen. Dann ist es Flug. Flug und sieht einfach aus wie Graf Dragula. Ja, lass mal durch. Da habe ich auf jeden Fall 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Klatsche. Mit einer Klatsche, ne. Die Klappe. Die Klatsche. Wirkt aber trotzdem wieder so wie, was hier? Wenn hier meine Freundin neben mir liegt, da hätte ich aber andere Dinge im Kopf als GBL. Und so, beruhigt euch. Das ist ja, das kann man ja mal, wenn kein GBL ist. GBL. Kein, wenn, nicht, unüberhaupt. Pupsi, ich glaube, die reden zu viel. Du. Was? Nein, ich höre doch deine. Und Rumgeschmatze höre ich auch vom Adi, seinem Pfötchen, wie er sich da gerade sauber leckt. Warum greift der denn jetzt nochmal an? Was soll ich denn jetzt noch? Jetzt muss ich meine Arbes Giratina opfern, weil ich natürlich nicht aufgepasst habe. Nachthieb. Heißt für mich, ne. Ja, Flug, na klar. Eis, Eis, Flug, bitteschön. Aber auch Boden, Wasser. Was hat er jetzt? Ich habe auf jeden Fall noch zwei Schilde und er nicht. Und er kommt mit Melmetall. Deswegen wechseln wir jetzt auf Machomai und hoffen, dass er einfach drin bleibt. Und weil Machomai so wichtig ist gegen das Melmetall, nutze ich natürlich jetzt auch mein Schild. Er nimmt wieder Kraftkloss und er wird direkt rauswechseln, oder? Nein, er ist immer noch drin. Oh yeah. Verteidigung im Arsch, Angriff im Arsch und ein Kreuzhieb drauf. Und es ist weg. Ich habe es besiegt, genau. Und dann kommt Sumpex rein. Und Sumpex... Ich schilde jetzt auch, Aquahobitze haut nämlich hier auch richtig rein. Ich möchte aber wenigstens einen Kreuzhieb durchbringen gegen das Sumpex, denn der ist trotzdem stark. Der ist stark. Man kann nichts anderes sagen. Der ist einfach stark. So. Schildet jetzt auch. Er hat kein Schild. Ich habe kein Schild. Ich könnte es knapp überleben. Ja. Ich kann noch Schaden machen, ihn unter Druck setzen und habe dann trotzdem immer noch mein Lapras übrig. Ich komme sogar noch mal zum Kreuzhieb und ich glaube, das Lapras kommt gar nicht mehr zum Einsatz. Weil der Kreuzhieb ist jetzt schon vernichtet. Also gefühlt macht es heute mehr Spaß als beim letzten Mal. Letztens die Hyperliga-Folge war sehr trocken. Und jetzt, vielleicht liegt es daran, weil Kampftag ist. Da hat man einfach mehr Bock. Man weiß auch, dass man dann eine Top-Lade-TM bekommt, gerade ist und da macht man eben automatisch mehr. Oder die Gegner sind einfach leichter. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn wir Glück haben, reicht das sogar dann schon auch für Rang 11. Ich habe leider das nicht im Kopf, wie viele Siege man auf welchem Rang braucht. Das ist ein Maiga. Ihr wisst, Maiga macht das Würstchen und setzt prima Arena ein. Das ist wieder eine Fee gegen einen Drachen. Das ist nicht gut. Da müsste ich... Er macht nichts. Er macht nichts. Er ist eingefroren. Die Situation muss ich ausnutzen. Ich habe Angst, wenn ich wechsle, dass das Spiel sich wieder fängt. Also muss ich jetzt versuchen, diese Prima Arena, die keine Gegenwehr leistet, irgendwie... Nein! Er greift an. Er hat irgendwie jetzt was gefunden und greift an und wechselt aber auf Togekiss. Jetzt hat er... Boah. Aber ich habe einen Vorteil erst mal. Das ist schon mal gut. Ich wechsle jetzt auch einfach wieder auf Labras. Weil wir haben ja wie gesagt Eis. Wir haben Eis. Hoffentlich friert er nochmal ein. Und ein Surfer. Und ich darf wieder zuerst. Ich liebe GBL am Kampftag. Außer ich verliere. Dann finde ich es wieder richtig räudig und habe keinen Spaß mehr. Dann werde ich es nie wieder zocken. So, Togekiss. Du kannst... Ich weiß, du kannst Antikkraft. Aber ich denke, ich werde es überleben. Und er hat Antikkraft. Und ich werde es überleben. Passt. Das ist raus. Das Wechseln dauert drei Jahre. Vielleicht hat es sich schon wieder aufgehängt. Nicht, dass es diesmal bei mir hängt und er mich im Hintergrund umbringt. In Ruhe. Prima Rehne ist wieder am Start. Hallo. Prima Rehne. Ja, Wasser gegen Wasser. Aber... Ist halt voll. Und es wehrt sogar ab. Was will ich sonst machen? Ja, guck mal. Es macht ja so gut wie keinen Schaden gegen mich. Da könnte ich auch mal ein Schild jetzt nutzen. Dadurch, dass es keinen Schaden macht. Und ich schnell meinen Server noch voll habe. Psychokinese. Und den nächsten mal. Oh, und jetzt... Jetzt... Jetzt brumm das Handy. Das ist der Alarm. Jetzt ist 15 Uhr. Jetzt kommt der Giovanni. Und bringt Pizza. Mach mit... Was mache ich jetzt? Was mein... Zapdos. Jetzt ein Eisstrahl. Nein, schaffe ich nicht mehr. Der fliegt in der Luft. Was haben wir noch? Wir haben... Machomai. Mit... Steinhagel. Steinhagel. Schafft er es? Wir brauchen Machomai. Ich denke mal, auch wenn der Bohrschnabel macht, einen werde ich vielleicht überleben. Er macht Bohrschnabel. Ich bin fast tot, aber schaffe ich einen Steinhagel. Dann könnte das noch was werden hier. Eins, zwei, drei, vier. Einfach ekelhaft. Äh, fabelhaft. Und es ist tot. Und Primarene kommt wieder rein. Ich hau dreimal. Und gucke, ob es umfällt. Es fällt um. Und zack. Gewonnen. Der zweite Sieg. Das muss schon Rang 11 sein jetzt. Das kann gar nicht mehr die 10 sein. Da muss die 11 schon in der Tüte sein. 1082. So. Äh... Drei Kämpfe noch, Pupsi. Drei Kämpfe noch. Sieben habe ich schon gemacht. Damit du mal siehst, wie schnell das geht, ne? Da darf sie. Und dann muss ich aber wieder raus und muss den Giovanni suchen. Und dann kann man irgendwann Löcher in die Wand bohren. Oder Schrauben entfernen. Und so. Hm. Impulion. Impulion. Vulnona. Warte. Eis. Hier. Komme ich mit. Ah. Der hat ja Fee mit drin. Jetzt dachte ich, er ist Eis. Ich kann ihn bekämpfen, aber... Da hat er mich... Ich habe nur das erste Symbol gesehen. Ich wundere mich jetzt, wieso der so stark ist. Kreuzi. Dann wäre der auch noch ab und hat eine Schleife am Hals. Ach, wunderbar. Da brauche ich gar nicht schilden. Nochmal werde ich nicht voll. Also. Das ist zu heftig. Das ist zu heftig. Und was mache ich jetzt dagegen? Eis ist nichts gut für meinen Giratina. Wir nehmen mal Labras rein. Eis gegen Eis. Das ist halt... Naja. Wenigstens macht es nicht viel Schaden bei mir. Aber ich halt auch nicht bei ihm. Wischen. Ich habe außerdem in der letzten... Äh... In der letzten Ramses Minus-Folge gefragt, wie eure Meinung ist. Ob ich es so machen soll wie andere Leute, die vielleicht ein Set machen und das hochladen, dass ihr so ein Video von 20, 25 Minuten habt und das passt. Oder... Ob ich es machen soll wie ich, dass ich halt drei Sets spiele und es immer mindestens so eine Stunde geht, dass man das nebenbei so laufen lassen kann. Weil die... Die nur ein Set spielen. Die spielen ja jeden Tag ein Set und laden jeden Tag ein Set hoch. Und ich mache das ja nur einmal in der Woche. Und da denkt man, oh jetzt muss man wieder eine ganze Woche warten, bis man da wieder was sieht. Und hätte so, aber trotzdem die Gelegenheit. Naja, diese ganze Woche mit einmal zu erleben. Ich glaube, es hat keiner was dazu gesagt. Zu diesem Thema. Deswegen probieren wir es aus. Wenn wir heute statt drei Sets nur zwei Sets machen. Das wäre sonst nie machen. Und dann muss man das halt so hinnehmen. Bis wieder drunter steht. Nee, mach wieder eine ganze Stunde. Das ist viel besser. Ich tue da immer auf Start drücken und dann ist das immer nach fünf Kämpfen aus. Und dann muss ich mir was anderes suchen. Und dann lieber eine Stunde lang die Füße hoch. Und... Das ist das Beste. An Ramses Minus. Ein langes Format mit viel... Oh Gott, der hat immer noch... Wulnona? Ich habe ganz vergessen, was der hat. Aber okay. Wulnona? Ja, Drache habe ich voll. Ist jetzt nicht so gut. Aber der hat auf jeden Fall wenigstens kein Eis mehr. Aber der hat auf jeden Fall viel... Viel Wucht in seinem Angriff. Ich kann nur schilden und hoffen, dass ich... Irgendwas noch mache. Aber ich glaube, der muss nur zwei, drei Mal jetzt seinen Quick Move machen. Dann bin ich eh weg. Jetzt hat er auch noch gewechselt. Und da ist noch irgendwas mit Stahl. Da habe ich jetzt Stahleis gesehen. Gibt es ein Stahleis-Pokémon in der GBL? Und es ist ein... Oh mein Gott, ein Sandama. Ich habe noch nie gegen Sandama gekämpft. Guten Tag, Herr Sandama. Schön, sie auch mal zu sehen. Ja, dann bin ich eigentlich jetzt tot. Das war sehr gut. Die haben auch alle Best Buddy Batch, habe ich gerade gesehen. Da sind diese Kumpelschleife dran. Und... Zwei Matches noch. Zwei Matches. Ich hoffe, der Ballon ist noch da. Pidi Woody 90. Und das Ding ist... Ich habe diesen Radar aktiviert. Und dann habe ich gesehen, direkt neben der Wohnung war ein Stopp. Da war Giovanni dran. Und das war direkt sogar Giovanni. Und ich habe mich dann nicht getraut, den anzugreifen. Weil am Stopp hat er ja nicht sein... Äh... Hat er ja wohl nicht sein Regie-Eis dabei, sondern noch das alte. Weil das ja hier am Samstag leider so war. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich es da aktiviert habe, kommt er dann trotzdem im Ballon angeflogen. Hat er dann den Regie-Eis dabei? Es ist so eine Wissenschaft für sich. Alles kompliziert. Und ansonsten haben wir jetzt Giratina gegen Giratina. Ich darf auch zuerst angreifen. Gegen das Gewaltrohr habe ich auch eine sehr gute Figur gemacht, würde ich sagen. Da kann mir keiner was. So, er wehrt ab. Da kann ich auch mal einen abwehren. Weil ich habe ja sowieso weniger Energie als er. Das ist ja schon überlegt jetzt, auf was du Hunger hast. Oder ist es immer noch schlecht? Ich habe überlegt, ob man wieder was vom Griechen oder... Vom Griechen. Die kochen den ganzen Tag. Was ist die Preise? Wie viel kostet denn mein 10 Euro Schnitzel mittlerweile? 18? Weiß ich nicht, aber die kretanischen Kartoffeln kosten mittlerweile 7,70 Euro. Und die waren sonst bei 4,5? Ja. Hier wurden ja auch extra aus Kreta eingeflogen. Also das ist klar, dass das was Besonderes ist. Ja, aber sonst sind die Kretanischen Kartoffeln. Die kostet 17 Euro. Und teuer. Kretanischer Kartoffeln. Wenn ihr kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hole jetzt Labras rein. Er kommt bestimmt mit Gewaltruh wieder, weil er sich sagt, aha. Ne, er kommt mit Lucario. Das heißt, ich hole Maromai rein. Ich weiß nicht, was er für Moves hat. Aurasphäre oder Spukball. Steigerungshieb. Aber wir können doch jetzt auch was machen. Er hat einen Stahltyp. Das heißt, wir stehen eigentlich gut da. Hat er jetzt noch ein Schild? Ich habe nicht aufs Schild geachtet. Nein, er hat kein Schild und er ist weg. Und Gewaltruh kommt zurück und sagt sich, jo, was geht ab? Und dann sage ich, brrrr, Gewaltruh. Ich habe übrigens auch grüne Farbe. Laubklingel, man. Ist kaputt. Und jetzt schaffen wir es. Ich gehe nicht auf Eisstrahl. Das dauert viel zu lange. Ich nehme einen Surfer und hoffe, dass das reicht. Er hat ja nicht mehr viel Energie. Uh, es reicht nicht. Aber zweimal Quick Move und das ist weg. Ich finde, in den zwei Sets jetzt ist schon viel mehr Action drin. Viel mehr Spannung und Spaß und Spiel als in der eine Stunde letztens. Man muss, also wenn es gut läuft, dann direkt ausmachen. Warum guckst du den jetzt so an? Er sitzt... Bei mir essen. Was? Bei was? Bei wegen Essen. Bei mir essen. Bei mir ist es ein bisschen krass. Ich könnte ja dann frei und 20 Euro. Eis, Wasser, Walreiser. Wechsel ich zuerst. Da guckt man einmal darüber, sieht die Katze auf dem Tisch sitzen, wie die sich beide anstarren. Bist du komplett abgelenkt, gell? So, wenn er schildet, schilde ich auch. Aber ich fand das sehr beeindruckend, dass man den so striegeln kann, ne, mit der Bursche. Oh, jetzt ist der... Nein! Was mache ich denn jetzt? Ich habe fast voller Energie, aber ich glaube, sein... Eissperr... Ne, zieh die Hälfte nur ab. Okay, dann ist es doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Nervt mich trotzdem ein bisschen. Und ich mache auch jetzt meinen Move, auch wenn er gleich tot gewesen wäre. Ich habe aber keinen Bock, nochmal ein Schutzschild zu nutzen, nur weil er nochmal Eissperr macht. Dann mache ich es lieber so, ihn weg und konzentriere mich auf... Bisaflor. Ne, konzentriere ich mich nicht, weil ich bin tot. Labras jetzt. Komm mal her, Labras. Bei dir können wir noch was probieren. Bei dir können wir jetzt... Surfer machen. Damit rechnet er nämlich nicht. Und denkt, oh, der macht Eisstrahl. Oder er weiß genau, weil er zählen kann. Das ist kein Eisstrahl, das ist ein Surfer und macht jetzt diesen hier. Ich muss auf jeden Fall einmal abwehren. Sonst bin ich nämlich weg. Aber ich könnte Giratina, glaube ich, schon wieder einwechseln. Nur hat das Sinn. Ich habe vergessen, was er als erstes Pokémon da hatte für Zeug. Ich mache einfach nochmal Surfer. Das muss auch für dieses Bisaflor reichen. Er hat gar kein Flora-Statue gemacht. Er hat was anderes. Ein bisschen was übrig. Ist jetzt aber weg. Und hat noch sein... Mit Gestein dran. Regirock. Da komme ich lieber mal hier mit... Boah... Giratina. Dann soll er ja mein Giratina halt irgendwie vernichten. Damit ich dann einen vollen... Einen vollen... Surfer auf das Regirock habe. Wenn es nicht mehr so viel Energie hat. Blitzkanone. Gut. Macht nicht so viel. Ich weiß auch gar nicht, was man dagegen macht. Ich hatte jetzt Geist genommen. Gegen Gestein. Hat nichts gemacht. Dann machen wir Drache gegen Gestein. Guck uns das an. Ich glaube, das macht mehr, oder? Das macht... Irgendwas. So viel sah das jetzt auch nicht aus. So. Und ansonsten... Warten. Beleben wir noch eine Blitzkanone. Selbst wenn wir sterben, haben wir glaube ich gute Chancen, mit dem Server den Rest zu machen. Hoffentlich stirbt er. Nein, er lebt noch. Ei, ei, ei. Jetzt den Rest. Oder wie? Der lädt halt schnell auf. Deswegen. Nicht, dass ich dann tot bin und er sein Move voll hat und auf meinen Labras macht. Labras ist fertig. Ich wechsle jetzt und versuche direkt auf Surfer zu gehen. Wunderbar. Hat geklappt. So sieht das dann aus. Labras mit Surfer. Ein Applaus bitte in der Manege. Da steht es auch. Zehn Dinger gewonnen. Mach mal. Mach mal, mach mal, mach mal. Du hast gewonnen. Genau. So, dann holen wir hier den Staub ab aus den Sets. Gehen auf wahrscheinlich Rang 11. Gibt's nochmal 1000 irgendwas noch was. Gehen nochmal hier rein. Holen hier nochmal Erfahrungspunkte ab. Müssen noch 10 Power-Ups machen bei einem Pokémon. Aber das mache ich dann gleich beim Victor-Kampftage-Zeugs-Dings. Äh, wenn ich Regi-Eis hole, meine ich. Deswegen machen wir das aus. Gehen raus. Nehmen noch das Regi-Eis auf. Falls das irgendwo jetzt hier ist. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Guck mal, Raid Mania. Ciao. Ciao.